Items, Weapons, jetzt nehmen wir nur der Schwerd und der Schild. Das ist Fort Amol. Da links von uns, hier müsste irgendwo noch was sein, Gebirgspass oder irgendwie sowas. Ah, das ist das Lost Knife Hideout, genau, das wird auch noch interessant, später mal. Das ist Fort Amol, das haben wir ja schon entdeckt. Schön für uns, da haben wir ja hier richtig viel entdeckt schon jetzt. Jetzt kann man dann weiter nach Eyvastat blauen Marker setzen. Wie komme ich da jetzt hin? Also irgendwie übers Gebirge zurück, oder? So sieht's mir aus. Oh, oh. Oh, meine Lieblingsgegner kommen wieder. Springgans! Sie hat mich noch nicht entdeckt. Oh, cool. Okay, dann schieße ich dich ab, wenn du so blöd bist. Ja, kein Schlächer abkommt, macht mir nix aus. Ich bin nicht vergiftet. Ach. Wow. Die gehen aber gut ab, ey. Viel scheiß Ficker. Hier. Die gehen aber verdammt gut ab, ey. Auf der Seite springgans. Kommt. Ziege. Ziege haben sie auch vergiftet. Ah, jetzt muss ich mir einen Pott reinhauen, ey. Oder was zum Fressen? Naja, schön. Was haben wir uns denn rein? Lecker. Da kommen wir uns Kartoffeln rein. Gekochter Hase kochen. Das ganze Raw Food da rein. Jetzt. Jetzt bin ich aber tot. Geiler Finisher, ey. So, das war die erste Springgarn. Jetzt die nächste machen wir einen Zauberflatt wieder. Die nächste nehmen wir einen Zauberspruch. Nehmen wir ein bisschen Feuer. Tun wir ein bisschen Brutzli Brutzli spielen. Da muss jetzt der hoch wieder, gell. Ich bin doch hier nur die Straße runtergekommen, oder? Stimmt doch. Ich bin jetzt der Bot. Da liegt ein, da liegt ein toter Jäger. Aha. Oh Gott. Geht mal alles her, komm. Reisenpfeile. Ah. Ach. Die Dinger haben mit dem wahrscheinlich den Jäger überfallen, oder wie? Die Dinger haben mit dem wahrscheinlich den Jäger überfallen, oder wie? Ach. Die Dinger haben mit dem wahrscheinlich den Jäger überfallen, oder wie? Ja. Wo sind sie jetzt? Gibt's doch gar nicht so etwas. So weit laufen wir echt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Nein. Egal. Ich dachte, ich hätte drei Fisch. Ah ja, gut. Der Säbelzahntiger, die Springer und die Zige. Ja, das waren dann drei. Dann passt es schon, ja. Dann kommt es schon ungefähr hin, ja. Ich wollte das Gebirge latschen. Das ist das Normale, ja. Na ja, das ist halt Skyrim. Klar, wenn das die Straße ist. Ich laufe halt gerade nur auf der Straße entlang. Wenn die Straße so geht, dann geht's halt die Straße nur so. Lalalala, ich latsche an der Straße entlang. Lalalala, ich bin zu feige durchs Gebirge zu laufen. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß. Wenn ich ja wieder Wolfsgejaule. So, das ist ja noch viel weiter da drüben, okay. Muss ich wieder hoch, ey. Die Z-Achse nervt mich schon manchmal. Jetzt hätte ich fast den Hasen geröstet. So, das ist ja noch viel weiter. So, da. 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 so. So, da. So, da行 Battlegler durchs verkarriert. Es hat keine Gegner. dumme scheiß anomalie was macht die hier was macht das dreck ding hier darf normalerweise gar nicht hier sein doch da ist nämlich die blöde wisp mutter ich hab mir nämlich schon halb gedacht die blöde mutter habe ich vergessen ich brauche hilfe ich verfolgt eine mutter eine irrlicht mutter die irrlicht mutter verfolgt mich gehe wieder heim irlicht mutter ja gut ich hab sie abgehängt gibt aber nicht so leicht auf sucht mich schon die irlicht mutter hey kollege important delivery to make no time for chatting okay was machst du hier läuft mitten in der gegend rum du weißt schon dass hier todes zonisch oder ein elch ein elch endlos ja fleisch wo ist fleisch nehmen wir mit da liegt eine leiche chivavardium note to captain können interessant werden totenschädel bestimmt irgendwo eine aufgabe dafür skelett ohne gold ok ok so nächstes gebiet 1 1 1 1 1 2 1 1 Und da müsste man eigentlich schon angekommen sein, wo ich hin sollte. Die Höhle, die nehmen wir schnell auch noch mit. Bevor ich dann in Ivar's Stad bin und dann hat er Schluss gemacht. Oh, Spinnen. Spinnen. Spinnen, komm her. Lass dich blutzeln. Was? Die hat mich vergiftet. Ich glaub, mein scheiß Spinnen. Ich konnte die nicht vergiften. Ich glaub sie genau. Scheiß blöde Dreckspinne. Oh, ne Bär. Oh, ne Bär. Oh, ne Bär. Oh, das wird übelst. Na, komm Bär. Komm Bär. Oh, scheiß Bär. Okay. Oh, ne Bär. Vorausmeißen. So, Zucker reinhauen. Das ganze Scheißlieb verbrauchen wir kommen. Braut. jetzt muss ich den trank sogar zu mir nehmen scheiß bär haben wir einen bär erlegte krass so die spinne haben wir mitgenommen jetzt zeige ich euch wo der bär hergekommen ist der ist wahrscheinlich aus der hülle heraus gekrochen pinepeak cavern discover da liegt auch ein jäger draußen die eisenpfeile nehme ich mal mit da gehe ich jetzt aber nicht rein oh da liegt nochmal ein bär nochmal ein jäger eisenpfeile iron dagger ja mit der bewaffnung kein wunde dass ihr gestorben seid eisenpfeile 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 mir ein ich gehe zum kneipe dort wird gespeiert zeige euch mal nur schnell hier das ganze gebiet hier ziemlich groß die stadt und dann das sägewerk kann man auch schon entdeckt wenn man das dungeon da oben auch noch schnell mit dann müssen wir sowieso noch gleich rein das ist dann die nächste aufgabe schaut auf barrow das kommt dann noch mal ein bisschen aus und rum ein bisschen oben rumlaufen tuk 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 voll auf dem dungeon ja trug fette bulle es ist einfach so käse rum das wir sammeln ja servus wache was geht ab woodshoppingblock habe ich jetzt kein dabei ne holzverlags habe ich nicht dabei woodshoppingblock war da nur kein holzverlags dabei so besser wie sieht es mit meinem inventar aus 258 auch nicht gerade bär rauschend musste ich eigentlich fast irgendwo was hunkern du siehst nicht wie ein Pilgrim warum besitzen sie? was willst du? kannst du mir nichts über High Rough Guard sagen? die klinik bringt sie zu ihnen auf jeden Fall ein paar Wochen wenn das Wetter es ermöglicht außerhalb sind sie so ein kaltes Lott ich weiß nicht wirklich viel über sie was für ein langweiliges gespräch was für ein langweiliges gespräch ja das gespräch ist jetzt gleich nicht mehr so langweilig nicht speak ok hier werde ich speichern jetzt Skyrim ah dieses Black Tower Entrance das können wir beschreiben und ich verabschiede mich dann von euch und sage Bye Bye Euer Daniel The Dirty Bye Bye Okay.